Oh, 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 oh. Bin ich, ja, lad. Wo bin ich denn hier? Ey, Ägypten. Ägypten? Fick dich nicht! Neude! Wir sind in Ägypten. Ägypten? Ich hab einen. Wir befreien dich erst, du kommst mit. Ey, hättest du jemals gedacht, dass ich überhaupt heiraten werde? Hättest du mich vor ein paar Jahren gefragt? Niemals. Ey, das ist kaum zu glauben, Mann. Ich sag auf jeden Fall den Jungs Bescheid. Lass uns mal was Fettes unternehmen, bevor wir dich nie wiedersehen, Alter. Meinst du, ein paar Tage vor der Hochzeit jetzt nochmal Party machen? Ey, ich weiß nicht, und das mit B-Line, ich sag dir, das ist eine riskante Sache. Junge, mach dir mal keine Sorgen. Wir gehen auf ganz entspannt was trinken. Wir werden nicht auf Kacke hauen. Entspannen dich. Ja, okay. Alles gut. Ciao. Heute ist der Name, Brunner. Die ist immer. Die ist immer. Auf die Zukunft. Auf die Zukunft. Auf die Freundschaft. Auf alles. Auf die Hochzeit. Ja, auf die Hochzeit. Jus, ich gehe kurz auf Toilette im Schraubenberg. Ja, okay. Hey, was machst du da? Hey, nix. Kann ich dir weiterhelfen? Ey, du siehst richtig krass aus, Mann, Alter. Richtiger, geiler Kellner. Oh, danke schön. Bruh. Sind das unsere Getränke, Alter? Die? Das sind eure, ja. Ja, korrekt, Alter. Brunner, dann bring die mal einmal kurz rüber. Ich komm gleich. Ja, ja. Brunner, das kannst du auch machen. Max, sieben. Ja, boah, ja, boah. Das ist aber lecker. Oh, 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 oh. Ey, Willard, Digga, wo bleibst du, Mann? Komm, nochmal, lass uns zusammen anstoßen. Ah, be, be. Lass uns mal anstoßen, Mann. Lass uns mal anstoßen, Mann. Wuaah. Wuaah. Ja, trink, Mann, trink, Mann. Ja, ja. Du musst auch sein, Mann, Alter. Trink, bien. Trink, Gott. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wo bin ich denn hier? Pyramiden? Hallo? Julius? Bilal? Schweig, schweig. Halbzinaf, Sekhara X. Untertitelung. BR 2018 Hilfe! Hilfe! Mensch, hör doch mal. Nein, 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 nein. Wo bin ich? Wo bin ich? Machst du auch was? Nicht so? Ich konnte nicht. Bilal! Seno! Bilal! Bilal, Bilal, befeck dich nicht! Ey, du! Komm schnell, helf sie! Hilfe! Was schreckt ihr so rum? Guck mal her, guck mal den, hilf dir! Hilf dir! Warum fangt ihr rum? Mach den Kleinen nur Angst. Komm mal her. Junius, wo sind wir? Ich hab keine Ahnung. Wir müssen hier weg. Wo ist Zello? Wo ist Zello? Wo ist Timo? Wo ist Timo? Ich hab keine Ahnung hier. Man kann hier nicht mal in Ruhe essen. Komm mal runter, komm mal runter Ernst! Komm mal runter! Aber wo sind wir hier? Reiß dich zusammen, reiß dich zusammen! Wir müssen Timo und Zello finden. Zello! Timo! Hey! Das ist ein Affen! Ui, was war denn hier? Affen? Neule! Ui! Lachst du mir hier! Entschuldigung, Alter! Wir kommen mit Rosamelan, komm! Wollt ihr auch was essen? Hey, du komischer Typ! Wo sind unsere Freunde? Die sind so lecker, diese Croissants! Ey, Opa! Wo bin ich denn hier? Ey, Egipte! Egipte? Egipte? Was mach ich denn hier? Wo sind meine Freunde? Taxi! Hallo! Ich brauch ein Taxi! Wo ist ein Taxi? Nein, nein! Ein Taxi brauch ich! Ich muss in die Stadt! Wo sind die Jungs, Alter! Warte! 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 Zello! Timo! Die sind nicht hier, Bruder! Zello! 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 Mein Sele ist tot! Weiß ich nicht! Zello! Steh mal auf! Wo sind wir? Warum bin ich hier in der Dusche? Ich hab keine Ahnung! Steh auf! Ey, warte mal! Halt da rein! Tätow auf sein Stirn? Warum? Bilem, warum lass du? Gar nichts, Bruder! Steh einfach auf! Komm, lass gehen! Flip nicht aus, Bruder! Das ist ein echtes Tätow! Bilem! Hast du was damit zu tun? Ich schwöre rein! Ey! Lass dich los! Wir müssen gucken, was passiert ist, Mann! Jungs, wir beruhigen uns jetzt alle! Die Frage ist, wo ist Timo? Wo sind wir gerade? Alles wird gut! Und wer ist dieser Typ hier mit einem Affen auf seinem Schulter? Brrr! Ich glaube, ich hab was Arabisches gehört! Arabisch? Aber googelt doch einfach! Stimmt, der hat recht! Und? Wo sind wir? Wir sind in Ägypten! Nein! Ägypten? In Kairo! Jungs, damit ihr Bescheid wisst! Ich schwöre, ich hab mit der ganzen Sache hier nichts zu tun! Ich hab euch nicht betäubt! Und ich hab nichts in eure Gläser geschmückt! Du dummer Spasti! Hast du was mit der Sache zu tun? Nein! Hab ich doch gesagt! Ich wusste, er war das! Jungs! Erstens, wir müssen erstmal gucken, wer mit diesem Scheiß-Tattoo gemacht hat! Woher diese ganze Tiere kommen! Ja, Mann! Gute Idee! Wartet mal, Jungs! Ich hab hier ne Karte! Ne Karte? Das ist der Tätowierer! Laber kein Scheiß! Ich hab die Adresse! Ja, Mann! Das ist gut! Ah! Sitzt da gerade ein Affe auf meiner Schulter! Bruder, bleib ruhig! Das ist nur ein Affe! Okay, Jungs! Lass uns zum Tätowierer! Und gucken, wo die Tiere herkommen! Sehr gut! Wir fahren da hin! Wow! 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 Everything okay? Ja! Gut? Ja! No problem! Ja! Okay! Okay! Kartein! Reaktion! Kartein! Okay! Tief! 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 Fein! Musik Hey, Salo, komm mal her! Hey, ammen Tutani! Emschu, emschu! Hast du ihm dieses Tattoo gemacht? Wie, eh? Emschu! Warum hast du Angst? Was passiert? Was ist denn passiert? Emschu, emschu, emschu. Ich weiß sich nicht. Wir haben es im Waffel. Ihr habt ihr das? Jolle, wir kommen hier. Jolle. Jolle. Wie ist es? Du hast du einen? Okay, okay. Klos, Finis. Ay, Caramba! Aufwand. Aufwand. Habibie, wir haben einen Frage. Bist du ein? Okay? Ich weiß, ich weiß. Anahein sohbe Teemo, Wie find ich? Ente schaftu sohbe? Machuftus maaarafoos, yallahe, amschu, amschu. Amschu! Ich hab'sein boge is anahein sohbe allma. Woomne, Teemo'sein hindi nicht mit. Ente haramie! Kholik, haole, kholik, haole! Chokelik, haole! Fiehl elhaayon, amm und achete, achete. Annen ma beklent. Annen ma beklent. Kذbue alia! Enteo haramia. Tawalwa marie! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Geht's! Lass uns aufhaken! Wie viele Menschen? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Das heißt, ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht, ich habe die Schlechtung. Ich weiß nicht, ich habe die Schlechtung. Die Kameera sind hier. Wer sind die falschen Freunde? Hey, warte, warte! Wow, da ist ein Zoo mit Tieren! Denkt ihr auch das, was ich denke? Zeit zum Einbrechen? Ich hab's aufgekriegt, ne? Geil! Geil! Hey, ey, ey, wir müssen ruhig sein, ich hör die Tiere, hörst du? Ja, ich hör die Tiere! Hier ist ein Huhn! Wir holen dich bald raus! Hey! Peter, du frei die sofort! Aber ich kenn die doch gar nicht! Hör mal zu, willst du Superman sein? Ja klar! Rein und hol die raus! In die Freiheit! Okay! Ey, guck mal, da ist ein Affe! Wir holen dich da raus, Bruder! Wir holen dich da raus! Ich bin drin! Komm! Kommt du, Papa! Ja, komm! Kommt du, Papa! Ja! Du hast es geschafft! Ich werde euch alle retten! Meine Babys! Papi, wird euch befreien! Ich hab einen! Wir befreien den! Du kommst mit! Wir befreien alle! Oh! Wir leben dich! Mir! Ja! Ich hab dich von euch! Ha 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 ha! Kannst du ihn? Yes, I am Kokodil! I am Kokodil! Ha 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 ha! Ist das so wie dein, Mann? Komm her, Mann, komm her! Komm her, Mann. Komm her! Komm her mal, komm her! Komm her! Der Körbler ist der Körbler? Ich frage mich. Ich frage mich. Ich frage mich. Wo sind die Menschen? Die Menschen in der Kirche sind. Sie sind in der Kirche. Ich frage mich. Wir werden uns mit dem Schürtchen. Ja, ich bin. Das wird korrupturiert. Habt ihr Timo gefunden? Nein, habt ihr den gefunden? Timo, Alter! Voll der komische Typ, Alter. Hey, hey, hey! Stopp, stopp, stopp! Habibi, hast du Timo gesehen? In der Schufte Timo? Habibi, mein Freund! Der da vorne? Ja! Das ist los! Danke, Onkel, dass du mich hergebracht hast. Junge, ich verstehe den Typen nicht, ja! Ist der Kampf? Mal verlieren wir den! Junge, ich mach dich mal! Ich mach dich einfach mal! Warte mal, warte mal! Wer ist das? Seine Frau ruft an! Nein! Geh ran! Ich geh nicht ran! Wie geh ran? Dann nicht! Ich habe drinnen! Jesus! Ich hab dich zufrieden geholfen! In der Vergangenheit, was er psychologistsbildé noch zu Firebase? Oder ganz zuימisch! You will? Ich bin ja nass! Ich wurde von Maria! Nun wiederholfen! Bak fortress! Hey, Jungs, meinst du, wir finden den Timo noch, Alter? Scheiß mal auf Timo, jetzt sagen wir gut dir das Essen an, Alter. Ich muss sagen, er gibt noch gutes Essen an. Schmeckt, ne? Ja, Gott sei Dank haben wir den verloren, Alter. Sonst wären wir in Deutschland noch. Seine Frau, die Arme. Die glaubt noch an die Hochzeit. Wir finden Timo. Von diesem Dicken habe ich die Rolle immer noch nicht verstanden. Hey! Ruf! Timo! Timo! Bilal! Nein! Ich fand dich, ich fand dich, ich fand dich, ich fand dich, ich fand dich. Hey Timo mal, chill doch mal. Du weißt, dass ich mal heiraten muss, Mann. Lass meine Cousin in Ruhe. 2. 06? 3. 2. Und das nicht verletzt, ich verletzt, entge Евgerme. 1. 1. 1. 1. 2. 3. 1. Der Schritt nach Ägypten! Ägypten? Das hört sich geil an! Deswegen, beeil dich, Cousin! Ich geh die Jungs schnell weggeben und mich selber auch! Dreh mal den Flieger, aber schnell! Hat er gerade Cousins gesagt? Du spaßt nicht! Du sollst doch nicht sagen, dass wir Cousins sind! Sorry, ist mir rausgerutscht! Milal, ist das dein Cousin? Get paid, little shirty get paid No, I'm always on my... Hallo! Renal! Auf Wiedersehen!